Moin Moin Leute, ich bin LittleCompersBrain oder einfach nur Yannick und wir sind in Crossing Souls beim letzten Stream quasi stehen geblieben, wo wir die, die das Relikt gefunden haben. Natürlich geht's jetzt weiter im wundervollen Twitch-Stream, deswegen der Twitch-Chat rastet aus. Er hat gerade eben geschrieben, sie küsst meine Augen. Hoppala. Ja, das passiert im Twitch-Chat. Danach wurde ein Lull nachgereicht. Wir sind hier stehen geblieben. Da ist die Mutter. Was sagt die Mutter jetzt wohl zu dem lieben Matt? Hm, ich hab hier ein paar extra ökologische Wassermelonsamen liegen lassen. Sie wachsen super schnell und brauchen fast kein Wasser. Aber ich kann sie nicht finden. Vielleicht hat sie jemand gestohlen. Oh nein, hat sie nicht? Guck mal, was er hier oben sagt. Nicht jetzt, Matt, ich bin beschäftigt. Okay, Papa. Ach, ich erinnere mich, was wir tun wollten. Kevin kann immer noch eklige Dinge. Ihr erinnert euch eventuell auch noch vom letzten Part, was wir jetzt tun wollen. Ähm, unser Hund Sparky ist ja leider von uns gegangen und wurde angefahren. Und wir haben ja dieses Relikt, um in der Zeit zurückzugehen. Und wir holen unseren kleinen Hund Sparky zurück. Wen haben wir denn hier? Ein guter Tag zum Trainieren. Um das mal einmal kurz sicherzustellen, Freunde. Kein Tag dieser Welt ist ein guter Tag zum Trainieren. Jeder Tag wiederum dieser Welt ist ein guter Tag, um Pizza zu essen. Think about it. Selbst da, sagt Diana, lach, lach. Aua. Sie hat lach, lach gesagt. Ihr müsst wissen, Diana lacht nie. Diana, immer wenn sie lachen möchte, dann sagt sie es. Das sagt Diana immer. Immer wenn du ihr einen Witz erzählst, dann hörst du immer nur so ein lach, 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 lach. War am Anfang für mich ein bisschen komisch. Mittlerweile komme ich damit nach. Nicht die Belohnen! Nicht die Belohnen! Janik, kannst du mal die YouTube-Zuschauer von uns grüßen? Grüße gehen raus, ihr da draußen. Was willst du? Hi, Sid. Ja, hey. Geiles Gespräch. Was willst du? Hi. Ja, hey. Du Arsch. Bombe. Okay. Ich bin fertig mit dem Gießen. Ich hatte nicht erwartet, dass diese Samen Wassermelonen sind. Die ruinieren meinen Garten. Ich muss sie loswerden. Vielleicht könnte sich jemand für mich beseitigen. Zack, 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 zack. So, bitte sehr. Danke, dass du die Wassermelonen beseitigt hast. Ich wusste nicht, was ich mit ihnen machen soll. Und sie haben meine Blumen geschadet. Puh, ich hasse Wassermelonen. Hier, und danke für deine Hilfe. Das heißt, sie hat die Wassermelonen zusammengeklaut. Und warum siehst du aus, als wärst du Mario? Ich zwie. Mario. Janik ist ein Philosoph. Ein Phylo? Oh, was geht jetzt ab? Hey, seht doch. Sieht aus, als hätte dieser Geist Probleme. Ja, diese anderen Geister belästigen ihn. Wir müssen ihm helfen. Äh, ja. In der Duat triffst du auf Feinde, die dich immer angreifen können. Du kannst sie jedoch nur angreifen, wenn du mit der Duat verbunden bist. Drücke R2, um dich zu verbinden und es diesen bösen Geistern zu zeigen. Erstmal den Priester umgeklatscht. Besessene Entität. Krass. Okay, allein gegen die zu kämpfen, ist jetzt gerade übrigens nicht das Einfachste. Also, die brauchen schon ganz schön viele Hits. Und es kommen noch mehr. Kommt. Das wird mir jetzt ein bisschen viel hier. Aua. Au. Nimm das, du besessene Entität. Sehr gut. Wow, das war gut. Wir haben den Geist gerettet. Wir müssen die Augen nach anderen aufhalten. Ja, in dieser Welt kann alles Mögliche los sein. Ja, oh. Danke, dass du mich gerettet hast. Diese Geister wollten mich umbringen. Aber warum? Es gibt keinen Grund. Das sind verdorbene Seelen aus der Unterwelt. In ihnen ist keine Menschlichkeit mehr. Wenn du auf so einen triffst, töte ihn. Oder lauf weg. Sonst würde er dich verschlingen. Das merke ich mir. Ich bin jetzt gerade am überlegen. In diesem Haus sind ja ein paar verrückte Dinge passiert. Ihr erinnert euch vielleicht an die zweite Folge. Oder erste Folge tatsächlich. Und deswegen passiert das alles. Sagst du immer noch das Gleiche? Du siehst sie auch, oder? Tatsächlich. Ja. Indianer Häuptling. Ich euch grüßen. Äh, was machen sie hier? Warum stören sie diese Leute? Äh, häuptling sie nicht stören. Sie zuerst stören. Wollen beheizten Pool auf Ruhestädte bauen. Also ich verstecke eine Fernbedienung. Hahaha. Mega. Ah, ich verstehe. Ja, Bestrafung verdient. Diese Leute kein Verstand. Aber du haben Verstand. Du mir zuhören und helfen? Wisst ihr, was das Traurigste ist? Auch beim letzten Mal, als wir bei den Rednecks waren. Ich habe nicht ein Problem, so zu reden. Ich habe einfach kein Problem, den Satzbau komplett zu verkacken. Das ist für mich, als würde ich normal reden. Janik. Think about it. Lies doch mal ein Buch. Helfen wir ihm? Okay, ich helfe ihm. Was muss ich tun? Du müssen überzeugen, Vater ohne Verstand. Bauen am Pool zu stoppen. Und ich gehe in Frieden. Oh, okay. Hoch, runter. Ihr habt Spaß, ja? Nein, ich glaube nicht. Pah, ihr habt Spaß. Schreien vor Freude. Mein Vater macht ein Gleiches mit mir auf Bär. Hahaha. Was sind das für Gespräche, Alter? Hahaha. Sein Vater ist übrigens Putin, müsst ihr wissen. Äh, der schmeißt ihm auf so ein Bär hoch und runter. Cotton Eye Joe ist von den Rednecks. Ja. Äh. Wow. Wow, wow, wow. Die reden alle auch so ein bisschen wie Jar Jar Binks. Finde ich. Ixe, nixe, wiesen. Kaffee, du wollen? Kaffee zum Sterben gut. Ich verschütten alles, aber egal. Er versucht einfach zu trinken und weil er ein Geist ist, läuft es alles durch. Nein, danke. Was machen sie hier? Haben Kaffee keinen Starbucks in der Nähe. Das besser. Mehr Entspannung. Okay. So, wir müssen dich jetzt überzeugen, dass du deinen Pool nicht bauen darfst. I'm sorry. Ich glaube, sie sollten mit dem Bauen aufhören. Das würde das Problem lösen. Ha. Als wäre mir das selbst nicht klar. Dieser Pool hat mich ein Vermögen gekostet. Ich kann jetzt nicht einfach so aufhören. Kann ich nichts sagen, um ihre Meinung zu ändern? Ach, ist doch alles gut. Die Azepan gibt einem eine neue Perspektive auf das Leben. Ähm. Das habe ich mir gedacht. Indianerhäuptling. Der Indianerhäuptling hat mir gesagt, wenn sie nicht mit dem Bauen aufhören, wird er hier niemals weggehen. Indianerhäuptling? Ihr halluziniert Kinder. Ha. Was ist denn, wenn wir... Was denkt ihre Frau? Und was hält ihre Frau von all dem? Meine... Meine Frau? Pff. Mal unter uns. Das ist mir völlig egal. Ich bin derjenige, der in der Beziehung die Hosen anhat. Wisst ihr? Weiß ihre Frau denn, dass sie in der Beziehung die Hose anhaben? Psst. Sag ihr das nicht. Falls doch für diese Geisterinvasion ein Klack sein gegen das, was sie mir antut. Ha ha ha. Sehr schön. Drohnen oder ein Handel eingehen? Ein Handel eingehen. Wenn sie mit dem Bauen aufhören, werde ich nichts sagen. Du wirst ihr nichts sagen. Ich muss direkter sein. Dann drohen wir ihm. Wenn du das willst, dann drohe ich dir halt. Ich dachte, ich muss das nicht tun. Drohnen. Ich werde es ihr erzählen. Nein, wartet. Sag ihr nichts. Sie wird mich umbringen. Ich höre morgen mit dem Bau des Pools auf. Gut. Was wollte ich hören? So, dann sagen wir das mal dem Häuptling. Poltergeist verschwunden. Das ist ein großer Bits. Oh Gott. Spritzi. Danke für 1000 Bits, Mann. Halleluja. Thanks. Thank you. Ich habe mich nur ein bisschen erschrocken. Also ging. War schon. War schon Erschreckung da, aber in Ordnung. Danke viele Male. Ich hätte es gehen können in Frieden. Gern geschehen. Dann gehen sie jetzt. Nicht heute. Morgen. Heute wichtiges Spiel im Fernsehen. Muss unterstützen, mein Team. Okay. Aber wir haben ihnen geholfen. Also, alles gut. Wow. Dieser Kanarienvogel sieht aus, als hätte er einen ziemlich schlimmen Herzinfarkt erlitten. Au. Der Arme. Ach, so liegt er jetzt noch auf dem Leben, oder was? So. Vor allem, wie Yannick das so fröhlich sagt, das mit dem Vogel. Ja. Er ist tot. What should I do about it? He's dead. He's dead. So. Aber wer auch tot ist, aber wen wir wirklich... That's huge bit. The Blazer. Danke. 95 Bit, man. Witz, man. Danke. Du hast mir nicht gesagt, dass du mit deinen Freunden kommst. Ich bin gerade beim Putzen. Ups. Ist schon okay, aber ihr könnt nicht nach oben. Ich wische gerade. Okay, Mom. So. Wo ist... Wer ist denn hier alles so? Wir sind jetzt gerade immer noch unterwegs und wollen unseren Hund Sparky zurückholen. Können wir vorher vielleicht mal einmal mit unserem Papa reden. Und diese Kiste hier öffnen. Oh, boy. Hallo, Kinder. Ich hoffe, ihr stellt nichts an. Nein, nein. Ganz und gar nicht. Hm. Das klingt ziemlich verdächtig. Du magst das doch, wenn irgendwas verdächtig klingt. Ich hab ein bisschen Sorge, hier rauszugehen. Danke, The Blazer, für die Bits, man. Lass mich die Maschine sehen. Ich will der Erste sein, den Sparky sieht, man. Okay, bitteschön. Aber flipp nicht gleich aus. Vielleicht ist er nicht hier. Ah, her damit. Sparky! Seht doch, da ist er. Komm her, Junge. Seht ihr? Er ist wirklich hier. Er ist hier. Ja, ich hab die Maschine so verändert, dass wir alle sie sehen können. Nein, wohin gehst du? Lauf nicht weg. Oh, jetzt dürfen wir dem hinterherlaufen. Ganz ruhig, Kevin. Der Arme sah etwas verwirrt aus. Als hätte ihn etwas erschreckt. Sieht aus, als wäre er die Straße runtergelaufen. Sollen wir ihm folgen? Ja, ganz klar. Sparky würde nicht einfach so von mir davonlaufen. Er will uns etwas zeigen. Ja, folgen wir der Spur und sehen, wohin er uns führen will. Auf geht's, man. Ich hoffe, ihr stellt nichts an. Nee, nee, wir bringen nur Geister um. Alles easy. Oh, da unten ist er. Wir gehen das erste Mal nach rechts. Quasi nach Ost-Tang-Guda oder wie die Stadt hier hieß. Ich weiß es schon nicht mehr. Aber da gehen wir jetzt hin. Pupsen kann er auch. Oh, großartig. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Kennt man das nicht auch irgendwoher? Okay. Den Linken habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ist das ein Dino? What? Oh, nein. Geister. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem Kevin mit einem Feuerwerkskörper einen Kackhaufen auf der Vordertreppe der Jefferson in die Luft gejagt hat. Das war krass. Das war krass. So. Mir wurde gesagt, wenn ich euch sehe, dass ich euch umbringen muss. Ohne Wenn und Aber. Das Kind der Jefferson ist ein Nerd. Ich frage mich, wie viel Geld er schon in all diese Videospiel-Shirts gesteckt hat. Oh. Das neue Game von Devolver. Runa. Und das hier unten ist Enter the Gungeon. Wie nice. Oh, ich liebe es, dass sie so kleine Easter Eggs verstecken. Es ist so großartig. Runa oder Runner. Ich glaube aber, es hieß Runa und Enter the Gungeon. Oh, wie cool. Zitat von Yannick aus Eis. Ich bin fast 20 und lache, wenn Gegner pupsen. Oh, jetzt bin ich über 20 und lache da immer noch drüber. Spricht nicht für mich. Was haben wir hier für ein Haus? Hier spielt auf jeden Fall. Jemand. Juan Camus. Was für ein schöner Tag. Sehr gut. Heißt das, die Katzen, die überall sind, sehen das vielleicht auch? Weil die Katze ist jetzt zum Beispiel auch bei so einem Geist. Und überall da hätte ja auch so ein Geist jetzt sein können, wo wir die Katzen immer gesehen... Du hast dich da unten einfach im Busch versteckt. Du Fiesling. Essen wir erstmal einen Lutscher. Wie esse ich den? So. Sehr gut. Yannick, jetzt sei doch nicht so fies. Die Geister mussten doch schon einmal sterben. Ja. Der Arschloch. Oh! Zum Glück fällt der Priester schnell auseinander. Ich finde es ehrlich gesagt sehr witzig, dass der Priester so viel weniger aushält als diese Entitäten. Wen haben wir denn hier? Poana Maria. Oh, was sehen meine Eugleine? Es ist euch gelungen, die Astralebene zu betreten. Das ist nicht gut. Nicht gut. Was ist nicht gut? Was tot ist, muss tot bleiben. Ihr solltet nicht hier sein. Das verändert die natürliche Ordnung der Dinge. Seid vorsichtig. Werden wir sein. Danke. Sie sucht es weiter oben in der Straße. Seid vorsichtig. Das Schicksalsrad hat begonnen, sich zu drehen. What have I done? Ich habe ein bisschen Angst. Äh. Gut, dass der Protagonist kein kleines Kind ist. Dann werden die Priester sehr viel gefühlt. Och, dude. Ach stimmt, hier geht es ja auch zum Friedhof. Will der uns zum Friedhof lenken? Oh, scheiße. Verschwindet hier, Kids. Die Toten wurden gestört. Gestört? Es ist gefährlich. Das weiß ich am besten. Ich arbeite schon seit vielen Jahren in der Nähe von Geistern. Ich habe einen siebten Sinn für solche Dinge. Irgendwas stört die Toten und sie tun Dinge. Dieser verdammte Sturm war ein böses Ohm. Was macht das schon? Wir müssen rein und Sparky finden. Er könnte in Gefahr sein. Sparky? Wer ist das? Hier kommt niemand rein, Junge. Ich habe sichergestellt, dass heute niemand in Gefahr gerät. Aber sie müssen uns reinlassen. Mein Hund ist da drin. Vielleicht hat er recht, Kevin. Wir können ja an einem anderen Tag früher herkommen. Vergiss es. Ich will Sparky sehen. Natürlich nicht. Hier kommt heute niemand rein. Ist das nicht etwas widersprüchlich, dass sie an Geister glauben? Ich meine, sie sind ein Totengräber. Was weißt du denn schon, du kleine Göre? Ich verschwinde hier und das solltet ihr auch tun. Verschwindet hier. Geh nach Hause, Kinder. Wie ungeschickt von mir. Tut mir leid, Sir. Dumme Kinder. Geht woanders denn, Leute. Hier wird es bald hässlich. Ich wette, er hat irgendwie ein GPS-Signal an den Arsch geheftet oder so. Einfach so in den Popo gesteckt. Wetten? Safe hat er das getan. Tja, es sieht aus, als würden wir da nicht reinkommen. Gebt doch nicht so schnell auf, Mann. Zieh mal, was ich von dem alten Mann gestohlen habe. Oh. Das macht es einfacher. Dein Bruder hat wirklich Talent, Chris. Na dann, alle mal rein. Oh Mann. Ich muss trotzdem zugeben, ich steuere Chris, einfach weil es die Hauptperson ist, am liebsten. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Jawohl. Bist du sicher? Dadurch überschreibst du die zuvor geschriebenen? Ja, 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 ja. So, aber da wir da oben ja lang gehen müssen. Ihr kennt mich, ja? Werden wir zuerst nach rechts gehen. Kevin, der Räuber. Bin ein gemeiner Räuber. Hallo. Was ist das denn hier für eine schöne Skulptur? Kennt man die auch irgendwo her? Saduki. Oder irgendein Wort. Nun gut. Nun gut. Das erinnert mich fast an TKKG. Bin ich voll auf deiner Seite. Erinnert mich auch mega da dran. Mega, mega geil. So, rein geht's. Cementary. Wo ist denn hier Zement? Das verstehe ich nicht, hä? Äh, kann man hier oben vielleicht irgendwie lang? Gucke mal. Aber, hier ist eine Kiste auf jeden Fall. Aber sonst kommen wir hier nicht wirklich weiter. Die Gräber kann man auch nicht lesen. Da hat man jetzt natürlich super gerade einstellen können, dass man da irgendwie als Kickstarter oder so, als Backer von dem Projekt, ich weiß gar nicht, ob es das damals auf Kickstarter gab, aber da hätte man sich super einbringen können, dass man auf so einem Grabstein steht. Was, du kennst, TKKG? Natürlich. TKKG, die drei Fragezeichen, Känguru-Chroniken, alles. Mega. Sparky! Was so? Was ist das? Sieht gefährlich aus. Wohin geht Sparky? Ich glaube, er wollte, dass wir das sehen. Willst du damit sagen, Sparkys Geist hat uns in eine Falle gelockt? Nein, du Doofmann. Ich habe gemeint, dass Sparky uns zeigen wollte, dass hier etwas Seltsames vor sich geht. Hm, ergibt Sinn. Sieht aus, als würden diese Geister von irgendetwas kontrolliert. Erledigen wir sie und retten Sparky. Okay, aber du bleibst hinter uns. Du hast keine Waffen. Na gut, wie langweilig. Ich wette ehrlich gesagt, er wird am Ende so mit der krasseste Boy, der mega die heftige Waffe kriegt. Oh lol. Die explodieren einfach. So, der hittet die jetzt erstmal da oben alle. Man kann eigentlich einen am besten so weit präparieren, dass er hochgeht, weil dann jagt er die anderen eh hoch. Ja gut, hier haben wir noch eine Kiste. Denen wir auch sehr gerne mit. Ja, sehr schön. Geistergerät anmachen. Das Geistergerät ist die ganze Zeit an. Oh Gott. Was kommt hier oben für Musik her? Hier gibt es auf jeden Fall irgendwie Musik. Ich werde es nie wieder tun. Was ist hier passiert? Warum ist da oben Musik? Oh oh. Sehr schön. Sehr gut. Die haben wir auch alle. Sehr, sehr schön. Ach, ihr seid das. Ihr hört hier Musik. Die Punks. Das ist wieder aus dem Film Grease, glaube ich. Witzig. Funny, funny. Oh Gott. Lass ihn einfach fallen. Ah. Moment. Ich weiß gar nicht, wie ich mich auf eine Stelle stelle, um zu schießen. So. Sehr gut. Okay. Langsam müssen wir wirklich durch die ganzen Leute hier durchswitchen, um richtig zu kämpfen. Miguel Jackson. Es ist Michael Jackson. Du hast ein neues Kassett erhalten. Sieh in den Sammlungen der Inventar nach, um mehr zu erfahren. Es ist Michael Jackson. Freunde, könnt ihr das glauben? Oh geil. Ist bei der Weih nicht LB, sondern LT. Und auf meiner Dings jetzt L2. So. Da wollte ich gerade einfach nur einmal kurz. Hey. Ah. Okay. Bam, 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 bam. Sehr schön. Der gute alte Miguel Jackson. Jawohl. Was macht die Katze denn hier? Er weiß es nicht. Haben wir hier? Hier haben wir nichts. Okay. John C. Keaton. Guter Ehemann. Lausiger Elektriker. Keaton. Keaton. Why? Pet Cementary. Es gibt da tatsächlich einen eigenen Tierfriedhof? John C. Keaton. Meinst du wegen John Cena? Ich weiß nicht, ob der Keaton miteinander bei ist. Okay. Der geht auf jeden Fall jetzt gleich der krasse Scheiß ab, Freunde. Ich glaube, wir werden gleich auf den ersten Boss-Fall treffen. Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Erinnert mich gerade auch ein bisschen da dran. Stephen King. Mhm. Oh, scheiße. Seht euch das an. Was ist das für ein Ding? Ich glaube, das ist die Quelle dieses ganzen Problems. Oh, oh, Russ. Ich muss gehen. Du, du, was? What? Wow! Das ist auf jeden Fall ein Ghoul. Lieber langsamer angehen. So viel Leben hat er jetzt aber nicht. Damit haben wir seine Ärzte jetzt auch alle erledigt. Und ihm sogar auch gleich mit. Ja, gut. You're saying it wrong. It's Cemetery, not... It's Cemetery, not Cemetery. Ah, Cemetery. Danke sehr. Ohne Scheiß. Mit den Accentary's hast du es mir gerade sehr gut erklärt. Cemetery. 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 Okay. Wow. Das war's mit ihm. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Was war das für ein Ding? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, er hat den Duartstein erkannt. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Das muss ich genauer untersuchen. Gib die Maschine her. Sehen wir mal. Hör. Fum. Hör. 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 Dann guck doch mal. Hör. Sparky. Seht doch, da ist Sparky. Er ist da. Oh. Oh, sieht aus, als hätte er uns das zeigen wollen. Hier haben wir ihn begraben. Vielleicht wollte er, dass wir diese Geister vertreiben. Sie haben seine Ruhestätte gestört. War's das, Junge? Diese bösen Geister haben dir keine Ruhe gelassen? Armes Ding. Jetzt bin ich hier, Junge. Alles ist okay. Wen haben wir denn hier? Oh nein, Prince mit seinen Jungs. Quincy Queen. Ganz genau. Ich dachte, du wärst cooler, Chris. Was machst du bei diesen Jammerlappen? Ich dachte, darüber hätten wir bereits geredet. Nimm das zurück. Und wer bist du? Ach ja, du gehörst zu diesen Hinterwäldlern von der Wohnwagen-Siedlung. Halt die Klappe, Quincy Queen. Was willst du? Einer meiner Jungs sagt, wir hätten ihn heute Morgen verprügelt und die Beute von einer Leiche gestohlen, die er im Fluss gefunden hat. Also bin ich euch gefolgt. Euch und Chris? Was hat dein Bruder für ein Problem? Der macht mich wahnsinnig. Streichelt er die Luft? Wurde er im Kopf erwischt oder so etwas? Oh, Randall. Natürlich. Und nein, mein Bruder wurde nirgends erwischt. Er ist bei Sparky. Äh, ich meine... Sparky? Und was ist das für eine Maschine, die er hält? Ach, das ist nichts. Nichts. Ah ja. Tja, das funkelt mir zu sehr, um nichts zu sein. Gib mal her. Nein! Kevin! Die Gamma-Stange! Verflucht! Erstens, wir brauchen eine neue Gamma-Stange. Zweitens, Kevin ist weg. Und drittens, Quincy Queen ist uns auf dem Fersen. Fuck. Kevin! Kevin, wo bist du? Kevin? Kevin? Nein, Kevin, was passiert? Kevin? Kevin? Kevin, wache auf! Chris. Kevin? Da bist du ja. Gib mir das... Was zum Teufel? Verdammt! Wir haben doch gar nichts gemacht. Oh, ohne... Ohne die Gamma-Stange hat der Duat Stein Kevins Lebensenergie absorbiert. Er hat sie zu lange benutzt. Was? Sag mal, das interessiert mich überhaupt nicht. Wir verschwinden von hier und ich nehme diese Maschine mit. Was passiert, wenn man dich auf Quincy Queen hört? Verschwinde hier! Du hast doch, was du wolltest, oder? Na dann, hau ab, du Arschloch! Ke... Kevin? Wow. Let's hope. What? Wenigstens ist er jetzt für immer bei Sparky. Wenn man als Kind einen Freund verliert, sieht man das Leben plötzlich mit anderen Augen. Man fühlt sich hilflos, schwach, wie eine kleine Ameise, die versucht, dem Schuh auszuweichen, der sie so oder so zerquetschen wird. Ein großer Verlust. Oh, ist das schief im Moment. Wow. Fuck! Wie kann man das denn machen? What? You can't do that. Or can you? Chris, iss etwas, bitte. Geht es dir gut, mein Sohn? Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.